Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Nur damit ihr es versteht, nicht im ersten, sondern im zweiten Gefecht mit dem AMX30B habe ich entdeckt, dass vier Leute aus einem Clan das Spiel am Manipulieren sind. Und zwar haben sich zweimal T110E3 extra Blindshot-technisch von einem Petten im Gegnerteam wegschießen lassen. Und zwar waren die zwei T110E3 und der Petten im Gegnerteam, also die zwei T110E3 waren bei mir im Team, ja, im zweiten Gefecht wohlgemerkt. Und der Petten war auch im selben Clan wie die zwei E3s, aber die waren im Gegnerteam. Die haben zwei Platons gegründet, um sich gegenseitig wegzuschießen, um das Spiel zu manipulieren. Ja, achtet mal drauf im zweiten Gefecht. Ich habe die beim Cheaten erwischt. Achtet mal im zweiten Gefecht drauf, ja. Viel Spaß. Ja, schickt das Video mal an MausAkobat und Mailand oder wer auch immer CC ist und Kontakt zu Wargaming hat. Ich hätte gerne da, dass da die Leute eventuell mal einen Bun kriegen, weil das ist eindeutig. Wie kann das sein, dass ein Petten ohne Spot zwei T110E3 rausnimmt, die im selben Clan sind wie er? Die haben sich komplett mit voller Absicht wegschießen lassen. Achtet mal drauf. Das seht ihr auch später im Ergebnis. Ich zeige dann, wer alles bei wem im Clan ist. Also, viel Spaß. Und wie gesagt, schickt das an Mailand und MausAkobat. Ja, AMX-30B. Ein Panzer, was ich sehr, sehr selten spiele. Wollen wir mal. Ja, übrigens, wie gesagt, ich habe mehrere Kanäle. Auf Facebook habe ich zwei. Also, ich habe zwei Facebook-Seiten. Einmal eine Like-Seite, AkkoThePersianKiller. Und einmal eine Privatseite, AkkoAkkoAmani. Und ein Haupt-YouTube-Kanal namens AkkoThePersianKiller. Und auf Twitch heiße ich AkkoPowerTwitch. Schaut mal in der Videobeschreibung. Checkt alle Seiten ab. Ja, lasst ein Follow da. Und dann wollen wir mal schauen, was hier rauskommt. Wollen wir mal schauen. Und die haben einen Progetto, einen K91-Zieger. AmX-30B. Auch wenn mal ein paar Leute auf den T-30er schießen würden, wäre der jetzt auch schon längst tot. Aber gefühlt bin ich der Einzige. Jawohl, an Seiten-Turm. Seitlich am Turm abprallen ist natürlich auch sehr lustig. glove auch ein Beweis, Ich weiß nicht, wenn ich mit dem jetzt eine bessere Crew hätte, würde ich dann mit dem... Alter, was ist denn mit dir falsch? Alter, das ist so ein typischer Scout, der einfach nur stört, anstatt zu helfen, ne? Ständig klebt er mir irgendwo am Arsch und rüttelt an meiner Kanone rum. Ja, Amix 30B, ein Panzer, das ich sehr selten spiele. Aber mit einer besseren Crew sollte das doch eventuell mal möglich sein. Aber die Crew ist halt so schlecht, dass ich aktuell mich nicht traue, mit dem Ding zu spielen. Eventuell würde ich hier die Schere rausnehmen irgendwann und einen Ansetzer reinbaue. Aber im Moment spiele ich den so, mit Schere und Optics, weil die Schere dann doch eher Panzer aufmacht als die Optics. Ich habe ja auch nicht so die geilste Crew hier, wie man sieht. Wo haben wir denn eine zweite Runde draus? Ich brauche dringend Credits, ne? Merke ich gerade. Ja, die Flanke auf der rechten Seite ist eine absolute Schlüsselposition auf dieser Map. Fälschlicherweise fahren die Leute immer hier in die Schlachtergasse. Dort sollte man die Gegner rausfahren lassen und von hier oben aus arbeiten. In die Mitte würde ich auch nicht zu viele Panzer schicken, weil man von hier aus alles spotten kann. Ich würde die rechte Flanke wirklich als die wichtigste Flanke auf dieser Karte einordnen. Wirklich Nummer 1 Position ist hier rechts. Und wie immer wird die Position komplett leer gelassen. Ganz, ganz, ganz schlechte Aufteilung. Deswegen wird wahrscheinlich diese Runde verloren gehen, meine Damen und Herren. Wir haben absolut keinerlei Panzer auf der rechten Seite. Wirklich Nummer 1 Position. Wirklich Nummer 1 Position. Wirklich Nummer 1 Position. Sehr schlechte Aufteilung. Ja, unser E3 ist auch schon tot. Das wird eine derbe Niederlage, meine Damen und Herren. Das wird eine derbe Niederlage. War aber auch von Anfang an klar. Eben weil niemand nach rechts gefahren ist. Sehr, 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 sehr unklug, was mein Team hier veranstaltet. Absolut das Falscheste, was man machen kann. Die rechte Flanke nicht zu besetzen. Und meine AMX hat weder die Panzerung noch den Reload, um hier irgendwie standzuhalten. Deswegen sehe ich hier schwarz auf der Flanke. Jo, und auch der zweite E3 ist tot. Die haben sich beide mit Blind Shots rausnehmen lassen. Absolut schlecht. Aber wir konnten den stiffen, was sieht kurz Frau Willz und gibt es nicht so viele Burger. Musik Tja, ich habe hier absolut keinerlei Hilfe. Ich darf ganz alleine hier die komplette Flanke treffen. Ich habe hier die Flanke gestellt. Ich habe das selbe, hier zerstellen und die Flanke. Ich habe das vertrag. Aber ich habe das Gefühl, das war das für alle Flanke. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Niemlich. Ich habe es ein Niemlich. Ich habe es einen Niemaligen. keine hilfe in sicht das absolute botteam hier guck mal nicht mal arti unterstützung kommt nicht mal die elendige arti rotzt mit hier keine chance jungen beide e3 von mir waren bots und diese zwei jagdpanzer sind genauso absolut keine chance dass mir irgendjemand absolut elendig verbotetes team alter null fähig irgendeine information umzusetzen die wichtigste flanke nämlich die rechte flanke wurde leer gelassen ich wurde im stich gelassen unsere zwei e3 waren bots die haben sich sogar mit blind shots da rausschießen lassen die komplette rechte flanke ist tot absolut niemand interessiert sich auch die zwei jagdpanzer und die grilles die grille und die zwei jagdpanzer interessieren sich null und so das wird hier nichts das wird hier nichts und unser scout sowieso auch wieder auf der heavy line am rumgammeln der ebr auf der heavy line am rumgammeln da kannst du nichts erwarten von so leuten absolut ignorantes team das ist die ignoranz perfektioniert scouts ignorant die rechte flanke nicht gespottet für unsere tds oder für mich und dann die zwei letzten übrig gebliebenen tds komplett sinnlos die zwei jagdpanzer tun nichts ja und der rest von den mediums ist in die mitte gefahren absolut brain dead komplett unfähig die scouts unfähig die tds unfähig auf Cut! also wenn wir das noch gewinnen dann ist das echt ein wahres wunder anscheinend habe ich die da lange genug aufgehalten damit die da ihren job machen können krass naja wurden es am ende dann doch zwei siege ja leute also ihr wisst bescheid meine youtube kanäle ich habe ja mehrere facebook kanäle habe ich auch mehrere und mein twitch kanal unbedingt und instagram natürlich instagram das eher so zum antworten weil da bin ich noch sehr unaktiv aber check trotzdem ab links wie immer in der video beschreibung würde mich auch freuen wenn ihr mal das eine oder andere mal teilen würde mit freunden und verwandten und bekannten würde mir echt weiterhelfen danke fürs zugucken wir gucken uns jetzt noch die ergebnisse an ich durfte mal wieder ganz alleine die rechte flanke dürfen ich meine guckt euch an der t 110 e 30 t 110 e 30 jagdpanzer e 100 0 also schlechter kann man eigentlich nicht spielen ja die scouts die kein spot liefern auf der rechten seite deswegen konnte der auch einfach mal vorwärts fahren und alles zernichten und alles zernichten wie ich sehe haben die da jetzt gerickt oder was wieso sind mehrere von einem team in in im dings ja alter die warte mal habe ich jetzt zufällig schon wieder entdeckt dass leute hier am manipulieren sind ja pass auf pass auf und ich wundere mich warum diese e3 so sinnlos weggestorben sind pass auf guck mal da hier old bastards killers na so die sind von von diesem clan hier so beide haben sich blind shot rausnehmen lassen ich habe gerade zufällig entdeckt wie leute das spiel manipulieren und beziehungsweise riggen hier na also die beiden sind von einem clan und der petten da drüben auch und der hat unsere ehe also die haben sich die beiden haben sich mit voller absicht von dem petten da rausnehmen lassen ja der gehört auch zur crew es waren jetzt vier leute von einem zwei waren bei uns zwei waren da drüben bei denen alter diese ich habe jetzt gerade zufällig rausgefunden dass die das spiel am manipulieren sind alter ja herzlichen glückwunsch und ich habe mich gewundert warum zwei t110 e3 einfach sinnlos wegsterben krass alter krass ich habe jetzt aus zufall das rausgekriegt ne also wer bock hat kann ja mal hier das video an wargaming schicken hier maus akrobat oder mailand das video an wargaming schicken hier maus akrobat